Wie ist das Gefühl, Einlaufkind beim DFB-Pokalfinale zu sein? Ich begleite Darius bei dieser Riesenerfahrung. Am Tag vor dem Finale haben wir uns an einem Imbiss getroffen. Darius hat mir erzählt, dass er auch schon ein bisschen nervös ist. Noch kurz eine Legende getroffen und selbst ein bisschen einspielt. Der nächste Tag ist gekommen und ich treffe auf die Einlaufkinder. Darius natürlich vorne dabei. Er ist so am Strahlen. Aber noch viel wichtiger die Frage... Habt ihr alle Bock? Ja! Es wird immer spannender. Darius läuft für Leipzig ein. Er weiß immer noch nicht genau, mit welchem Spieler. Das wird cool, okay? Ja. Also, let's go! Und dann war es wirklich soweit. Na, wer von euch kann Darius erkennen? Spätestens jetzt müsst ihr ihn gesehen haben. Er hatte so krass gefühlt. Nach dem Einlaufen ist er direkt zu mir gekommen. Er meinte ganz lässig zu mir. Ihr habt mit Götze geredet. Hammertyp. Nochmal vielen Dank an VW, die das Ganze möglich gemacht haben. Mit welchem Fußballstar würdet ihr gerne mal einlaufen?